Und damit ein herzliches Willkommen zum nächsten Pinball-Ding, und zwar Pinball Deluxe. Wir spielen ja alles kreuz und quer. Fangen wir mit einem Spiel auf dem Karneval-Tisch an. Okay, wie... Okay, so... Ach, du hannst es nicht, wie schnell ist das denn bitte? Hilfe! Hui! Ach, du hannst es nicht, da ist ja auch noch überhaupt Kopf. Okay. Das ist ein relativer... einfach... einfach Tisch. Muss man ja mal sagen. Muss man fairerweise dazu sagen. Bah! Hilf! Yay! Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber ist ja auch egal. Hoppala, wo ist das? Wie das lang? Yay! Und... Ah! Okay, das war jetzt... mein Fehler. Ich will da oben in die Haunted Mansion, da will ich rein. Aber ich glaube, ich hab keinen Ball dann mehr. Wenn der jetzt weg ist. Naja. Jo, der ist ja voll... Okay, Mod freigeschaltet. Bumper. Cars. Okay. Aber ich hab noch einen. Last Ball. Zack! Der ging aber jetzt voll durch die Mitte, oder? Ich meine, das haben wir alle gesehen. Oh Gott, aber das Ding erstmal da oben zu treffen, die Haunted Mansion, das ist gar nicht so einfach dick. Jawoll! Ach so, ich geh dann einfach wieder zurück. Nochmal! Mahlzeit! Und zack, Lebofski! Huh, das war jetzt Matt. Das war jetzt Matt Eagle? Hui! Ach, das gibt's doch nicht! Ich hab fast an 1,2 Millionen Punkte! Ah, ich bin ein Gott! Nein, bin ich nicht. Ja, äh... Ah, Hilfe! Aber mich hab ich immer als Tempo wenigstens gewöhnt. Voll fies, ein Mirror. Boah! Der kam aber genau passichtlich in die Mitte. Ey, das ist unfair! Ah! Hab ich nicht gesagt. Ey, das ist jetzt fies! Aber immerhin! Neuer Rekord. Wir sind auf Platz... ...drei. Wir haben gerade fast vier Minuten nur gespielt. Moment, das geht aber nicht. Da müssen wir aber ein bisschen... Du kannst alle deine Tische hier finden. Oh, ja! Äh, sind doch nicht viele. Hilfe, nein. Was? Der Tisch Briggs wird in... Ah, okay. Okay, Space Frontier. Den benutzen wir aber das nächste Mal. Wir spielen jetzt noch erstmal weiter Great Carnival. Zumindest... Ah, da hat sich was in mehr Zeit verfangen. Den anderen spielen wir dann einfach beim nächsten Mal. Okay. Finde alle Mods für diesen Tisch freigeschaltet hast hier. Müssen wir drei Mods deiner Wahl zur gleichen Zeit finden. Komm, uns am besten zusammenpassen. Verwende Tickets, um neue Mods zu bekommen oder Mods Upgrade, die du bereits besitzt. Fünf Mal bei einer Sekunde, erziele 15.000. Okay, das lassen wir erstmal. Was ist das? Achso, es ist gesperrt. Triff alle sechs Zielscheiben. Okay, können wir momentan nicht benutzen. Das heißt, wir nehmen nur ein. Ist ja auch erstmal Banane. War schon da vorhin zwei Millionen Punkte oder so. Ey! Wehe, die Kugel hat er jetzt nicht gesaved. Das wäre nämlich verdammt arschig. Und... Zack, Lebovski! Woohoo! Probier ein Powerball. Okay. Benutze Powerball. Double Points! Boah, wie arschig das dann ist, ne? Dass er genau zur Seite durchzieht. Ey, das ist nicht jetzt deren Ernst, oder? Ha, das gibt's nicht. Nochmal! Geht doch nicht! So, ist jetzt der dritte und auch letzte Versuch. Dann haben wir drei Versuche insgesamt. Ey, das ist so fies, dass der da so einfach, vor allem so schnell... Ey, mal ganz ehrlich, was ist das denn? Und jawoll, da oben drinne! Und zack, und jawoll! Ey, der... Genau durch die Mitte! Er ist genau durch die Mitte geflogen. Das kann's nicht sein, ey! Oh, wir haben ein Ticket. Ah, ich wollte schon grad sagen, jetzt fang du mir aber nicht an, da rum zu flitzen, do! Und zack! P.I.P. Pinball Forever! Und raus ist er! Yay, Arcade! Komm, schau, komm, schau! Papa braucht ein paar neue Schuhe! Okay, das geht nur einmal! Und nochmal 5.000, jawoll! Ich hab' wieder ein Ticket! Okay, dann geht er einfach nur so da durch... Oh! Oh! Gemeinheit! 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 Ja, komm, ich will diese blöden Punkte noch haben, diese 2 Millionen! Aber dann reicht's auf, ich glaube, mit dem Tisch! Wir benutzen ein Powerball für doppelte Punkte! Ich hoffe, dass er jetzt nicht einfach so da oben... Durchfliegt! Hab' das jetzt mal! das ding hat ja eine geschwindigkeit okay da war es doch schon also 800.000 ob ich brauchte ich noch bis zu diesen zwei millionen daily quest oder die capture challenge wo das war jetzt das war gut gemeinheit er hat nicht ganz so gut geklappt aber egal ich glaube ich habe meine 800.000 punkte aber wir wollen natürlich das maximum hier noch rauskitzeln ich glaube wir spielen dann einfach beim nächsten part ist ja auch ein just for fun projekt jawohl so muss das laufen ja mit dem was passiert da ist so nach oben gegangen der tisch und wieder in die hauntet menschen rein und noch mal eine extra runde ich verstehe es mit den spins jetzt gerade nicht das meint das ding mit spins last ball ich wollte gerade sagen das wäre jetzt aber da jetzt habe ich auch noch zwei bälle auf die ich aufpassen muss okay einer ist weg irgendwas mit jackpot jackpot completed oder was hier ich habe keine ahnung ich weiß selber nicht was ich hier tue ich wollte gerade sagen bleib du bloß okay aber immerhin 4,8 millionen yeah first place new record fang einmal 30 mal aufwanderen was fange den ball was heißt okay nein ich wollte es nicht nochmals spielen falls der tisch jetzt denkt ich will nochmals spielen nein wollte ich ja nicht äh komme ich denn hier wieder zurück zurück ins menü ja bitte Nein, ich will nichts kaufen. Also das nächste Mal spielen wir auf jeden Fall auf Space Frontier und dann müssen wir mal gucken. Testlauf, okay. Nachzeitig begrenzt alles. Wäre natürlich schade, wenn wir danach keine Schmerzen. Okay, Baggerball haben wir auch noch. Egal, das machen wir alles in den nächsten Parts. Jetzt kommt erst mal Space Frontier. Vielleicht im nächsten Video, vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Okay, Rangliste, ich will keine Rangliste. Oh, Wild West. Ist ja auch egal. Das nächste Mal geht's weiter. Bis dahin, auf wieder G-Schauet!